Hallo liebe Lit Love Community, erst einmal herzlichen Dank für all eure tollen Kommentare und den regen Austausch zu Juno und die Reise zu den Wundern. Ich freue mich darüber sehr und ich lese immer mit, bin ganz, ganz gespannt und danke euch sehr an dieser Stelle. Ich möchte euch aber jetzt darauf aufmerksam machen, dass ich bei einer Online-Veranstaltung dabei bin, die heißt Read & Talk und findet dieses Jahr zum ersten Mal statt. Und ich verlinke das gleich mal, vielleicht habt ihr Lust euch da einzuwählen und wie der Name schon sagt, werden wir dort lesen und reden. Ich freue mich, wenn ihr dabei seid. Ansonsten gibt es noch was zu erzählen, am 7. November findet nämlich die Lit Love statt und dieses wunderbare Lesefestival kennt ihr sicherlich schon. Dieses Jahr wird auch das online stattfinden, da kann man sich zu anmelden, litlove.de, da findet ihr alles, was ihr braucht und ich bin mit von der Partie mit ganz spannenden Themen und freue mich, wenn wir uns dort austauschen können, zumindest so virtuell. Alles Liebe, viel Spaß beim Lesen! Und du dann?